Sie wird mich wohl mit Sicherheit nicht mehr nerven. Dafür ihr komischer Freund. Wer ist dieser hohe Rat, der dich in einen zweitklassigen Schurken verwandelt hat? Dir gebe ich gleich zweitklassig. Rede. Und zwar jetzt. Na gut, reden wir über deine aktuellen Schwierigkeiten. Boah. Und wie ich diesen Kopf kreuz und quer schlage. Hier, nimm den. Au. Oh, was ist das denn hier für einer? Und den. Und den. Oh oh. Und den und den. Also man kommt halt auch, wie ihr seht, relativ weit durch pures Button-Mashing, ohne wirklich zu wissen, was man drücken muss. Aber das Gute ist ja, man kann hier immer zwischendurch gucken. Spezialangriffe. Hinten vorne Superbrenner. Ne, das hatte ich schon mal gesehen. Das brauche ich jetzt nicht. Das ist nicht so mein Ding. Vorne Y und ein X. Das probiere ich jetzt. Vorne Y und ein X. Ich glaube nicht, dass das jetzt das gewesen ist. Aber. Also die Standard-Dinger funktionieren immer noch am besten. Hier, probier mal den. Was war das denn jetzt? Meine ganzen Superpower dafür ausgebraucht? Für nix. Das gefällt mir nicht. Hm. Umdrehen. Ne. Aktionsliste. Tiefes Kreuz. Ich habe hier noch mehr. Den und hinten. Vorwärtswurf oder Rückwärtswurf. Okay, muss ich immer in eine Richtung dazu drücken? Übertrieben. Y, Y, A. Oder Y, Y ist Telephorterkraft. Na, komm schon. Hier, nimm mal den. Also immer, wenn ich neue Kräfte ausprobieren will, dann kriege ich auf den Sack. Immer, wenn ich irgendwie alles drücke. Kennt ihr das? Ihr spielt so ein Spiel und müsst eigentlich immer alles drücken. Ich brauche irgendwie mehr Finger für meinen Controller. Hier geht es gleich richtig ab. Für das Korb. Uh. Das war es, ne? Nein. Jetzt aber. Ganz locker aus der Hüfte geschossen. Das ging noch ganz gut. Mein Kopf sitzt noch gerade. Gerade noch so, ne? Verdammter Abschau. Ihr wollt mich töten. Lass mich! Hey, ich gehöre nicht zu denen. Wer immer du sein magst. Sie kennen dich. Sie kriegen dich. Hast du den Mut, ihre Amnestie abzulehnen? Für wen arbeiten sie? Wer könnte solche Metas unter Kontrolle halten? Hel, bist du da? Hel? Wonder Woman? Du solltest lieber schnell hier kommen. Sinestro ist hier. Sinestro. Er greift Bewohner an die. Bin unterwegs. Ich muss meinen Ring aufladen. Dann werden wir eine kleine Reise machen. Oder auch nicht. Sinestro kennt man aus dem Green Lantern Kinofilm. Es wird mir Spaß machen, Green Arrow erneut sterben zu sehen. Wonder Woman, Green Arrow, jetzt Hal Jordan? Das wird ja immer besser. Einmal den. Du amüsierst mich, Jordan. Wollen wir nochmal sehen. Wer hier wen amüsiert. Der ging zurück. Oh, jetzt muss ich alles drücken. Alles, 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 alles. Komm, 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 komm. Sieht doch gut aus. Oh, oh. Das war daneben. Die Unterdrückung deines Heimatplaneten reicht dir wohl nicht, Sinestro. Die eine Erderegierung ähnelt der Meinen auf Koru gar. Eine Allianz wäre nur logisch. Bis jetzt akzeptiere ich Menschen. Sogar Hal Jordan. Mein Doppelgänger ist auf deiner Seite. Wie alle, die leben wollen. Wollen wir nochmal sehen. Oh, was macht er jetzt? Was, hat er das einfach geblockt? Den blockst du nicht. Und den auch nicht. Oh. Ganz schlecht. Nein. Komm her. Das war eine schlechte Idee. Komm her. Ich kann dich nochmal greifen. Also die großartigen Supermoves habe ich immer noch nicht drauf. Lanterns macht. Hinten, nee, unten und hinten und dann X. Der nächste muss man jetzt klären. Nicht jetzt irgendwie, wenn ich irgendwie überlebe. Oh ja, der geht gut. Böse und voller Vorurteil. Oh, den habe ich ja. Gut erwischt, würde ich sagen. Nochmal. Hier, nimm mal den. Und den. Ah. Und den. So, einen Move will ich noch machen. Hinten Y. Nee, unten Y. Und den X. Haha, geil. Tja, Freund der Sonne. Ich widerstehe der Gefangenschaft erneut. Alles klar? Hell. Ich wurde gerufen. Gehörst du zu Sinestros Korps? Sinestro hat recht. Angst ist effektiver als Willenskraft. Du bist also von grün zu gelb gewechselt. Die Farbe der Feigheit. Ich stehe immer noch unter Befehl. Wie die Wächter. No. Ich bin sicher, dass sie stolz auf dich ist. Euche Leih ist einfach, wenn man nicht weiß. Spar dir was. Zeit mir auf die Fresse zu halten. Hahaha. Oh nein. Junge. Jetzt können wir mal sehen, wie gut wir sind. Oder halt eben auch nicht. Ich meine, der versorgt, dass er hier gleich schon wieder ordentlich den Hintern... Oh ja. Nein. So. Und den? Oh. Der ist richtig stark jetzt hier. Offensichtlich, ey. Hier, nimm mal den. Nein. Na, komm. Also irgendwie... Ich muss noch viel lernen, junger Padawan. Der wird mich doch jetzt nicht fertig machen, bitte. Nein. Kannst du wenigstens mal deinen super Move machen? Hier, Kollege. Blockierst du die einfach? Wie macht denn der sein Schild an? Warum kann ich das nicht? Nein. Okay. Also, wir müssen uns wieder fokussieren. Lanterns Macht war unten hinten X. Jetzt, also der Fall... Sohlt mir ja mächtig den Arsch, ey. Nein. Immer... Ich glaube, das ist immer so der letzte Kampf. Immer der letzte Kampf. Da ist der... Da steigt das Schwierigkeitspotenzial nochmal um einiges an. Und der versohlt mir so den Arsch. Ich habe doch das Gefühl, danach wird es ein bisschen einfacher. Oh, wie habe ich jetzt das gemacht? Oh, nein. Okay, warte. Dann nehm... Nein, nein, nein. Ah, das wollte ich doch machen. Ist hier nicht noch irgendwas? Nein, ist nichts mehr. Ich brauche andere Angriffe irgendwie. Ich kriege das so nicht hin. Aktionsliste. Kombo-Angriffe. Hinten XY. Oder vorne X. Ne, das ist... Rechts XY. Oh, das war gut. Oh, ich muss den früher loslassen. Komm jetzt. Aber bitte, bitte, bitte. Komm schon. Ja. Was, das? Das ist ein super Angriff. Willst du mich verarschen? Na toll. Der versohlt mir doch schon wieder den Hintern hier. Gibt's das? Also, im Multiplayer kann man sich die Kombos einblenden. Hier funktioniert das leider nicht. Im Singleplayer. Wahrscheinlich, weil der so einfach ist, dass den jeder hinbekommt. Außer Monsieur Marv zockt. Was geht jetzt ab hier? Aufprallbrücke. Stehender Flipkick. Richter Trigger. Während einer Kombo kannst du zwei Einheiten Superanzeigen verbrennen, um die Kombo abzubrechen. Stattdessen einen Wandaufpraller auszuführen, um die Kombo zu erweitern. Oder um das Kombo abzubrechen und stattdessen einen Levelübergang auch durchzuführen. Okay. Ich will ihn plätten und keinen Levelübergang machen. Das geht schon. Also, wenn wir den jetzt zum Beispiel ganz nach links bringen würden. Den ganzen Weg. Dann wird das gehen. Dann könnte ich den da irgendwie rüberkicken. Krieg ich eh nicht hin. Schaden. Volley Smash X, Y, A. Oh, der war gar nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ich krieg voll eins auf den Sack. Hier, nimm mal den. So, jetzt. Nein. Ich krieg dieses Quicktime-Event nicht hin. Die kriegen das jetzt hin. Nein. Oh, gibt's das? Mir tun schon die Hände weh. Kampfspiele und ich, Leute. Ich sag's euch. Das ist kein Zuckerschlecken. Nein. igonier